Ja super! Keine Ahnung was los ist. Auf einmal Playstation. Keine Ahnung. Super. Perfekt. Aber als erstes wollte ich mal noch rüberspringen bevor ich das abmache. Aber ich weiß aber natürlich nicht ob das funktioniert anscheinend nicht. Was denn jetzt? Ziehst du dich hoch? Wolle neu oder? Das hat nicht funktioniert. War ich zu langsam oder was? Ja geht das noch gar nicht. Das sieht ja für mich so aus als könnte ich da dran springen aber egal. So was soll ich hier machen? Vielleicht jetzt abschießen oder was? Eins weniger. Wo ist denn noch eins? Da oben. Wo komme ich denn jetzt da oder auch noch? Das sieht jetzt ja rüberspringen oder was? Das kann ich gar nicht mal da dran ziehen. Da klettert man einen alten wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Was ist denn von hier irgendwo abknallen oder? Was ist denn von hier irgendwo abknallen oder? Was ist denn von hier oben? Da. Jetzt komm ich. Da. Zack. Ne. Geh doch. So. Ich gehe jetzt hier weiter hoch. Ich seh das so funktioniert gar nicht, ja? Hier? Braulich. Jetzt noch einmal kommen. Okay. Jetzt nach rechts. Jetzt war ich nicht lang. Ach so. Oh, da. Perfekt. Weiter hier. Erläu hier rüber. Jetzt gehe ich hier runter. Ob ich hier noch irgendwas schönes zu mitnehmen. Stopp du nicht so lange. So. Nicht weiter hoch. Oder? Aber nicht. Schade. Ich dachte, da kann er weiter hoch. Und dann gibt's doch noch was anderes Schildes. Aber nein. So. Fast geschafft. Ach, da ist die andere Verbindung. Aber nur fast, ey, Leute. So. 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 Das ist leider. Das ist doch mal nice. Ich will deine Teile haben. So, mach das mal jetzt schön. Abkoppeln nur. Ja. 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 Oh, ich hab doch. Ach man. Ja. 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 keine speziellen Teile hier kriegen wir nur schade ich dachte wir haben auch ein paar spezielle Dinge abgeknallt aber doch nicht so komme ich jetzt hier weiter hier kommt alles das Ding haben wir jetzt gefarmt aber dann können wir auch nicht mehr das sieht aber auch heftig aus so da oben da geht es weiter der Kollege hat anscheinend keinen Bock mit dem Backup kann ich Gaia neu starten das System reparieren die Plage heilen Elisabeth kaum zum Leben erwecken aber ist das noch da hm ok ich muss zum Serverraum ich glaube nicht dass das noch da ist hier lang weiter hier lang weiter so hier nicht noch was hier ist nix mehr hier ist nix mehr ein wertvolles mitglied von sogar Peter hat eingesehen dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen damit wir anderen anonym bleiben können aber bei all den neuen mitgliedern die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das odyssey Projekt rekrutiert haben gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle auf dem Schiff es muss eine Auswahl getroffen werden und seien wir ehrlich Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele ist aber nett die bezahlen und werden da nicht mehr mitgenommen hihihi so ist das oh hier gehts weiter Griff nach den Sternen wo ist das hier ist hier ist das ja najir Version 6.9 Initialisiere Hallo Hi Travis Tate Na, was haben wir denn hier? Eine Farcene-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liss? Liss? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aber es war doch klar, oder? Ach, guck mal an, wer da ankommt. Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht, dass, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Tja. Oh, komm. Oh, komm. Oh, Val. Tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich. In Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen. Über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon. Aber meist der Spion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val. Ich... Komm schon. Könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Sitz weit. Wo willst du denn sonst hin? Ja, einen Versuch ist das wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich... ...habe ich eine bessere Idee. Also können wir die jetzt schon übertakten und an uns binden was. Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avat, der Streiterin, ein königliches Willkommen. Macht Platz. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Beim Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja. Aber... Wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Ja, 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 wie immer. Wird nicht ganz mit offenen Karten gespielt. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. So. Hier haben wir noch was Schönes. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Das kriege ich niemals da raus. Das ist das doch. Übertragung. Das ist unser Alterspor. Dann sollten wir mal da hoch. Mal hier drüber da hoch, oder? So. Vielleicht auch noch was. Glaubst du? Konstruktion aus Metall und Holz kann mit dem Zugwerfer bewegt werden, okay. Kann vom Zugwerfer entfernt werden. Da muss ich erstmal da hin, ne? Das wär's doch hoch, oder was? So, hier. Lüftung. Von mir auch schon mal nicht. Hier kann ich hoch. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Okay, dann spring doch mal. Können wir hier hoch. Mal erstmal was tun. Ich möchte runter. Lassen wir mich erstmal mit. So. Ein bisschen lang. Jetzt komm ich doch mal da dran, oder? Ja. Aber noch nicht. Ich sollte den Kran ranziehen können. Juch, hab ich doch gerade versucht, aber... Jetzt auf einmal. ich dachte mit der lanze wollte es mir helfen er hat mich wohl ausgetrickst etwas über den turm übertragen wenn ich rausfinde wohin es geschickt hat werde ich ihn finden ich hoffe der übertragungsknoten oben sagt mir da ist ein spalt in der platte ob ich von innen da hochkomme greifen und zwischen entfernten kletter greife mit linken stick und tippe x an um zwischen entfernten klettergriffen zu springen habe ich doch schon gemacht gerade jetzt machst du es da rüber ok ein aufzug mal sehen zugangsliff aktiviert die kreische sich das wollen erklären nix ahnung jetzt haben wir die aufgemacht jetzt werden bestimmt diese neuen erkundungsknoten dann für was von der karte freimachen oder so du hast meine list also endlich aufgedeckt Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nachdem du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja, tja, mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Verarscht. Ich habe keine Wahl. Das solltest du, das solltest du, da war auch noch was. Das können wir uns auch mal eben noch abgrippen. Maschinen-Kadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzen uns durch. Ja. Ja, das ist sie. Wenn sie fertig ist, darf man dich ehren, oder? Du bist reingegangen hier, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist dem Verbotenen in Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Besten heißt nicht umsonst Verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Erwart einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, sonnengültig. Aloy. Schön, dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen, wie der Streiterin jetzt den Speer? Bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthir. Vanascha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Du musst das sein. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unserer ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Also. Möglichkeit auf ein paar Nebenquests. Ich muss die Master-Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Es muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Okay. Können wir mal eben... Und ihr, oder? Können wir das? Königswitw Benassadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin. Für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall. Und für die Verteidigung der Heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen. Ich, ja. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Der mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nun. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkieferstreiterin! Dankeschön, kleiner Mann. So. Hast du noch was für uns? Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Awad. Schön, dich zu sehen. Aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast. Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenak-Gebiet. Bei der Sonne. Die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Gesandtschaft. Zeit zu gehen. Jahre der Feindschaft. Wenn du sagst, Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja. Mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfieh mein Vater alle Nachbarstämme. Die Oseram, Banuk und Nora blitten sehr. Und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie Getheneid. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Aber wichtig. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders. Nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichtstoren. Wir geben ihm Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat. Nicht eher Räuber? Nein. Nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der West-Expedition an. Er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinobalsande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Dein Cousin, Verscharf. Wie lange ist der schon Gefangener, der Tenakt? Fünf Jahre. Tenakt-Gesandte schwören, dass es ihm gut geht. Aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn im Eridigen erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mache ich's. So, Ithaman. Ithaman wirkt glücklich. Du hast dir noch Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran. Der er auch sein muss, wenn er die Krone haben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht, schon dauernd mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig drauf sitzen. Wenn Ithaman alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Zeit zu gehen. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich hier wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Entscheidungspunkt bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Eno ihre Persönlichkeit ausdrückt. Liegt an dir. Das ist ein schöner Gedanke. So soll das ein Witz sein. Jetzt ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Ich möchte Meridian wiedersehen, Avat. Und dich. Aber diese Mission ist mein Leben. Ich denke an nichts anderes. Und das muss so bleiben. Was danach passiert, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Nun, wenn du in Meridian damit anfangen möchtest, solltest du wissen, dass du hier immer hoch willkommen bist. Erfüll deine Mission, Eloy. Ich hoffe auf deinen Erfolg und freue mich auf deine Rückkehr. Liebe in der Luft. So, hier soll doch bestimmt dann irgendwo der... Ich hab mal ein leichter hier schon. Aber wo ist da oben? Komm ich denn da hoch jetzt hier? Da, da kann man auch noch einen Quatsch hier. Gut, Vanascha. Danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanascha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Plane Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Wie ist es durchergangen? Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den Armenseelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanascha? Ich kümmere mich um Nassadi und Itamen. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel. Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Puh. Itamen. Wir waren gerade bei Itamen. Ja. Okay. Ich gebe es zu. Itamen ist süß. Lustig. Und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Bäh. Ja, so ein Kind. Ich war seit Monaten nicht in Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Awad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Awad wollte, dass Uthed die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knudels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. So, verabschieden. Also, ich weiß, ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Das werden wir, das werden wir. Keine Sorge. So, Werkbank. Sperr-Upgrade. Okay. Master-Überbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein... Resonator. Hilft sicher im Kampf. Sehr schön. Kehre zum Marathon-Wald zurück. Ab geht's. Gibt's ja auch noch andere Missionen, oder? Stimmt, oder? Oh, schön. Oh. Monate dauern, bis die Arbeiten hier erledigt sind. Den können wir nicht quatschen, ne? Du bist es wirklich. Du bist eine lebende Legende. Das bin ich, ja. Ich würde dir die Hand geben, weil ich bin ganz schmutzig. Ich fühle mich beim Turm einfach ins Rollen. So. Der Kampf hat hier wirklich alles verwüstet. Jo, ein bisschen, ne? Können wir los? Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Länger bleiben. Zeit zu gehen. Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenagd, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch. Zwei Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Erstmal pennen. Erstmal beim Schnitzen einpennen auf dem Stuhl. Und sie will jetzt abfauen ohne ihn. War doch klar. Wo ist denn so ? Ja. Und wie groß ist hier? wo ist denn so ? Ach, ich bin Fußball. Ja. But the iron won't subside No matter, no matter what I try How my raindrops in the flood In this emptiness, in this storm If I fall, if I fall The wave inside my soul Carries all I know Who can take my hand in the flood The voice calls me forth Through darkness unknown My heart with silence burns Through solemnness and bone The edge beyond the shore This way too rude and raw Sehr schön, sehr schön, sehr schön Photography level, erstmal bene Läuft And my raindrops in the flood In this emptiness, in this storm If I'm broken If I'm torn The wave inside my soul Carries all I know Who can take my hand in the flood Who isn't forbidden west Stahl und Funke Ha, hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet Komme ich so nach Fahrlicht? Äh, ja, das heißt, eigentlich Nur nicht heute Noch nicht Und wieso nicht? Naja, der Schrecken Das ganze Tal Ist verseucht von Maschinen Maschinen sind kein Problem Tja, das glaub ich dir, aber Ich habe strikten Befehl Erst zu fahren Wenn der Pfiff von Kettenkratz Das okay gibt Hör zu Nimm Christ Entweder setzt du die Bahn in Gang Oder ich mach's Tja, aber Wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut Aber Wenn jemand fragen sollte Sagst du besser, du hast mich gezwungen Stufe 3 erreicht Aber nicht viel Aktivität Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben Und was die Uhr angeht Tja Wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitssturm Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartig Und zwar jede Menge Man nennt sie Dornrücken Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen Sie tauchten plötzlich einfach auf Keine Jäger, die sie töten Oh, wir haben Jäger Nur niemand, der Ulbund verärgern will Er ist der Selbsternannte Boss von Kettenkratz Der Arbeitsstopp war seine Idee Mhm Naja, also ich bin noch Auf der Durchreise Ich muss zu einer Gesandtschaft Sag das doch gleich Sobald wird die nicht stattfinden Was willst du damit sagen? Du wirst, wenn man es rückwicht auf dem Werk Das, das ist deine Antwort Wer ist das? Ein Kajar Sonnenbücher Ich habe ihn gestern runtergebracht Noch eine Stunde, bevor die Maschine kam Er ist ein sehr wichtiger Mann Sag der Ufer Die Gesandtschaft in Fahrlicht Er ist der, der sie leiten soll Das sehen wir gleich Der mystische Mann hier Wenn du nicht sofort tust, was ich sage Er fährt der Sonnenkönig selbst Von deiner Anmaßung Dank dir musste ich die Nacht Frierend im Zelt verbringen Völlig ungeschützt Ich bin fast gestorben Mich willst du nicht sagen Aber das Das Was Das Nora Mädchen Die Wilde Zur Seite, tauge nichts Wadis Das ist Aloy Gelehrter Wadis Aloy Die Retterin von Meridian Wirklich? Nun Was lindert die Kränkung, schätze ich Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht Ich höre, du auch Tja Nicht so lange das Tal infiziert ist Und so erklärte Aravan Die Sonnenpriester zu Kostbaren und würdigen Hütern Siehst du Die Schrift Ich ziehe weiter nach Fahrlicht Wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist Nicht einen Moment früher Gut Der Hauptmann ist ein Freund von mir Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemandem reden, der Taten vorzieht Nicht Schriften Wadis Gelehrter Wadis Gelehrter Wadis Sandte Ehrend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen Und so geschah es Hey Weiter das Tal runter? Ja Sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen Dort gingen sie hin Okay Strenge Befehle Das wird es Das wird es Vertrauen Das ist mein Wille Kollege Ich muss erentfinden Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkatz verbessern So Nehmen wir erst mal die Sachen hier mit Hier war noch etwas, oder? Hier war noch etwas Das ist immer natürlich alles mit So war hier nichts, oder was? Hier war hier Oh, hier ist auch noch etwas Das hier ergibt eine kräftige Farbe Das ist eine kräftige Farbe, das ist doch schön Was war denn da? Unbekannt Unbekanntes Feuer, Reißhorn, Areal Was haben wir hier noch? Was ist für Kleber Schnellreisepunkt, ne? So, mal neue Speicherung Passt auf Nehmen wir das doch mal Miet Können wir schließlich auch Sachen mit Verbissern Plus, äh, wegen dem Fleisch Ich glaube, ich halte Tränke machen Oh, was ist denn da? Komm her Wildschweinknochen Dein Rucksack ist voll Ich pack's in den Vorrat Das ist auch schön Ich bin mit deinem Pferde, Digga Ja, komm, bleib stehen So So, dann mal mit So, was zum Healen So, was haben wir denn da? Begib dich zu Ehrenslitzen Bekanntem Ort Begib dich nach Kidnaz So, hier hatten wir noch ein Fragezeichen Jetzt bin ich auf alles vorbereitet Das ist doch schön Die sind nie noch Oder sind die tot? Teile Aber das machen wir beim nächsten Mal, Männer Schönen Abend noch Bis dann Bis dann Dann Auch Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann